jetzt hallo 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 is dr jetzt mal mit dem generv hier los geht ich will das ihr so offen lässt dass ihr hier ne Lobby nicht mit drin ist das hat das jetzt wieder im Game startet boah Alter, jetzt müssen wir wieder da runter jo, lobi Hey, Dele hi, L im Medellin Black, mach mal neuen Lobby Bro, schocka, jo aber mit mehr als vier Spielern ja, weiß ich mach mal ne 8 Schaua mach das jetzt in Bibliothek oder so was Er hat Achtung gemacht, die Queue. Ah, das stimmt wieder. Die ist richtig ekelhaft, diese Map, ne? Boah, schau dir nicht. Wo muss ich hin? Die Map? Du musst auch das Schild klicken in der Mitte. Das ist die Map, wo Tony die ganze Zeit stehen geblieben ist. Der hat nicht einfach rausgehalten. Die ist richtig ekelhaft, ne? Boah, wir knistert hier so behindert rum. Knifst mal Knifst mal Knifst. Ich glaube hier ist null, aber egal. Ich sterbe und wer sterbe? Oh, das ist ganz normale Smash. Einfach nur weglauen. Außer Mad Pound. Ich bleib hier oben auf dem Block stehen. Ich hab Angst. Los! Hier geblieben. Bar. Nein, Alter, ich hab schon hier das meiste, so ne Scheiße. Hey, komm ab! Flash versteckt sich irgendwo. Was mach ich mit? Achso, ich hab Food. Ich hab gesagt, Flash versteckt sich irgendwo. Ja, ich hab Flash. Du bist der Scheuer. Alter. Was mach ich mit der Frag Grenade? Tööö. Einfach hinschmeißen. Ja, mhm. Ja, mhm. Wett, der fimmst mal hier. Lass mal rein. Ah, nein, nein, Feuer! Fuck. Bah! Ich bin immer noch. Nein! Nein! Boah! Vergiss es! Nein! Kennst du nein? Doch! Nein! 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 Überlebt! Ist schon jemand abgestimmt? Alter, übertreib'er! Ich hab grad gerettet und dann kam ein neues. Ich bin mal ein Geheimraum, Kopf-Pony! Ich bin mal ein Geheimraum, Kopf-Pony! Ja! Ich bin mal ein Geheimraum, Kopf-Pony! Ja! Lust! Leidet! Leidet! Boah! Leidet! Leidet alle! Leidet! Mit mehr bringt das auf jeden Fall eh mehr Spaß! Ja! Nein! Warum immer mich? Ich bin Batman! Ja, biest euch doch mal hier! Nein! Biest euch! Nein! Wer war das? Alter, wer ist das hinter mir gewesen? Boah, dieser olle Erdblock, ne? Vorher gewaltige Zentrum, was ich nicht... Ich weiß, was ich nicht so... Nein! Flash, liegt runter! Hallo, Flash! Hallo! Tschüss! Hallo! Bis! ok Tobi du wirst gemütet so sonst noch werde ich hat Tony gestern auch schon gemacht ja das ist halt so wir spielen halt hier grad aber Tony hat gestern genauso ausgerastet ausrasten extrem ausrasten bei ihnen ist das ausgerastet das ist normal weswegen muss das so heißen ach klar aber nicht tschau Centos jetzt bin ich runter jemand wird von oben nach unten repriert oder? was macht ihr? wir sind doch ein Slash hat mich überhaupt noch einer? nein komm Sean Alter es sind viel zu viele auf dem Channel lololololololol nein 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 Black Gamer nein oh da kommt wieder dieser olle schwule Erdblock ne komm wir verprügeln den Erdblock nein nein ciao doch voll schwul Klaut in der Bottle Klaut in der Bottle ist ja nicht ein Terrarreacher ja ich hab das ist mir doch egal mir und ich mir aber weißt du ich bleib mal ich hab einfach die meisten Leben weil ich einfach nix mache hau ab Flash nein sei artig ha er ist an mir vorbeigesprungen er ist runtergegangen ja wie lange hast du den Bogen noch? du cheatest doch ich bin immer noch oben ja pah arsch nein hau ab hau ab ja das soll doch mal ein bisschen jetzt sind ja immer wieder drauf der Arsch ist klar ja wohl ja boll weg nein du Arschloch und du Arsch ich bin raus voll gut du Pisser ich hab Flash runter und du hast mich runter ja ich halte mich die ganze Zeit raus ja lass mal alle auf ihn ja ich bin über euch ihr kommt nicht hoch ja ja schlagt euch hoch ja nein 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 doch also ich muss eigentlich nur 4 Minuten aushalten ja dann hab ich gewonnen ja bist doch ein Noob ey richtiger Noob nicht der Lolli die haben uns nicht sterben NEIN boll du Arsch nicht Inventar aufmachen na nein Centos Centos ja nein 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 ja 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 ahhh komャ grabelt ja fall doch noch ein bisschen knapper runter ich habe so einen schaden um es will nicht im T-S keine Ahnung ich mich hauen alter ich habe ja hier war das wirklich klar dass man wieder alle reinscheuen die Aden von den Säßes ich reihe einfach mal auf dir bist du ja erstmal einfach mal in den blöcken drin fest ja tun jetzt fast 600 prozent aber naja die map ist einfach voll gut die lässt mich nicht hier noch überleben ist einfach gar nichts mehr ich muss hier weg jetzt habe ich nicht mehr 600 gott jetzt trotzdem oder immer noch zwei leben ja ich kann jetzt einfach hier oben bleiben ich mach das keine sorge ich bleibe jetzt einfach hier oben ich werde überleben ja doch ich habe zwei leben und wenn die zeit läuft dann habe ich gewohnt gewohnt ja dann habe ich gewohnt wie du dich immer versteckt habe sagt er ist jetzt über mir die runde segel zu ende 32 sekunden noch ja ich muss nur überleben hier verbläck abhaut die ganze zeit okay jetzt ist jetzt ist vorbei ist ganz vorbei ja nein 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 ja 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 da ist noch eine ebene runter oh nein es hat gewonnen das erste war in meinem leben ich habe bei der abend so ich habe das ganze mal in meinem ganzen leben gewonnen ich habe keine ahnung die wohnung die alle auswählen die anderen maps die einzigen haben die jetzt noch acht maps ja dann guck doch mal genauer ja das ist nicht mehr oh ja und jetzt ja er hat das 17. jetzt muss ich wieder quitt oder es ist nicht mehr 17, sondern 17 das ist doch schon wieder cube das habe ich nicht gemacht ja und jemand war noch da drin quit match ich mache jetzt schon wieder runterrennen ich lauf mit Adalaba wala 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 wie viele leute sind wir pfff kommst du du läufst mir einfach hinterher und ich hier lauf falsch 3 3 4 5 6 7 du kam doch schneller ne ich helfe jetzt wieder kannst du reingehen kannst du reingehen kannst du reingehen ähm geh rein rein ich weiß was du sagt nein aber ich denke nein aber ich bin gerade rein ich bin doch sagt nein nein keine Ahnung zwei müssen noch besser da draußen bleiben au ja du mich auch oh ich glaube mein pc fährt runter schlecht ja da müsste noch einer draußen bleiben nein ja ich bin auch draußen ja mach dir immer wir müssen die cube ne ich bin immer noch da bin drin ja ja nochmal die cube ja geht er nicht anders da eh nicht bleibt draußen da muss noch ein anderer draußen bleiben da geh ich nämlich kurz mal weg konfetti na bescheuert mit denen schau mal kurz weg noch wie viel xp hab ich eigentlich steht das irgendwo äh kannst glaub ich top drücken im inventar habe ich keine xp naja jetzt starten wir zu viel witzig äh zu fünft fünft dann dann nein wer war da wer war das hinter mir oh centus ey what ich will dirtblock alter mr dirk scheiße ne dolle erdblock wieder äh aua evil dirtblock und evilness er steht natürlich hier oben rum hab mich da stehen geh weg ja du kämpfer ist klar wow wow das war knapp alter ach ihr seid doch kacke hau ab äh nein doch äh nein äh doch bum 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 hast du das hier an nein doch vor allem jetzt erst einen schlag abbekommen und schon sechs prozent alter warum ist mal hinter mir die wand kaputt was denkst du warum weiß nicht ey du affe stirb doch mal nein ach nö komm schon ich hab mich so versteckt hier lass mich doch in ruhe lass mich doch auch versteckt ich hab mich doch auch versteckt lass uns frieden schließen lass uns jetzt die anderen verkloppen nein lass uns hier zusammen verstecken und uns verteidigen dd nein ich bin friedlich ja juck na komm sie halt komm wir bleiben hier oben zusammen drauf nein komm wir bleiben hier oben zusammen drauf immer wieder ab findest du keine Suppe ich bin fast runter gesprungen eben komm wir bleiben einfach hier komm wir bleiben einfach hier nicht mich komm wir warten komm wir schlagen die im Team einfach doch nicht mich schlagen komm komm gleich einer komm gleich einer Junge Junge fuck was ist das was war denn das auf mich doch nicht ich bin Batman sorry ihr haben wir hier bist Fatman ja oh da kam was oh nein Nein, der Dirtblock kommt, der Dirtblock kommt, nein, ich will da nicht rausspringen. Ich glitch in der Wand fest. Noch ein Stück, noch ein Stück. Oh, dieser Dirtblock, Centus, das ist doch nicht wahr, lass mich doch in Ruhe, ich dachte wir sind Partner, YouTube Money, jetzt lass doch, einfach sind YouTube Money, lass doch. Nein, komm, das ist doch nicht dein Ernst, ich will doch die Runde überleben. Oh ma, du bist doch ein Drecksack, ich hasse dich. Oh, Alter, was denn, auch du doch, ja, dann schmil doch nicht weg, hallo, 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 du bist doch nicht weg, hallo, 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 Centus ist kacke, Centus geht doch einfach mal sterben, ohne Witz, jetzt kommt dieser Dirtblock auch noch. Nein! Oh, du Arsch! Vergiss es! Vergiss es! Vergiss es! Boah, du gehst mir auf den Sack, WTF Gamer! Schlag jemand anders! Es steht auf dich! Eindeutig, ey! Eindeutig, ey! Alter, wie ich gerade richtig abgehe! Oh, Alter! Aber ich habe gerade aufs Maul bekommen! Lass mich nur Ruhe jetzt, Mensch! Oh, kein Schmerz, kein Schmerz, kein Schmerz! Schlag doch mal einen DED, der hat noch drei Leben, der Olle Cheater! Nicht immer mich! Ich habe nur eins! Ich glaube, das ist auch, ähm, ja, der Schmerz. Nur weil Bleck gesagt hat, wo das ist. Ah, scheiße! Pass auf, du kriegst gleich Ärger vom Dirtblock! Ja! Dann hast du erst recht gewonnen! So ein Cheater, ne? Ja! Ah, äh, King! So, ich geh doch mal gerade auf dem Desk und so! Hehehe! Schmerz! Hey, du! Lass mich in Ruhe, du Affe! Ja, ja! Spiele zu kaufen, so nebenbei! Ja, kommt mal den Teleporter, ne? Wir sollten doch in das Spiel angucken! Die waren die gerade Dragon Next oder der Team! Dragon Quest oder was? Oh, Alter! Ich wäre fast drunter gefallen! Einfach so, oh Gott! Schlecht! Dragon... Ja! ba du arsch das ist ein teleporter ne? ach nö das ist ein teleporter ist denn da oben? jede der cheatet immer Jetsch hat sich wahrscheinlich mit einer enderpelle nach oben geschossen geht doch hab ich gar nicht mitbekommen dass du bei mir drauf warst wo ist der denn? ich seh ihn gar nicht oben der ist ganz oben drauf ah 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 der ist ganz oben auf dem cube doch cheater richtig lange weiter lass mal unter dich das bringt dir was was ist denn das hier? boah alter hier kommt auch dieses dragon nest was für ein nest ich geb dir gleich ein nest keine ahnung ihr müsst nach ganz oben um zu ihnen hinzukommen gah schlag mich doch noch mehr nö nö du musst nach ganz oben kommen vielleicht ja komm ich aber nicht weil ich keine items finden dafür doch du kannst auch die Leitern hoch da musst du immer weiter hoch springen da musst du immer weiter hoch springen dich doch mal treffen du komm mal in die nächste ebene mal in die nächste ebene ich komme ja nicht raus mal ein bisschen blöd doch schafft man das manchmal ein bisschen blöd oh oh nein der ne der ne ecke back egal nein alter ich wäre fast ich hab's grad schon einmal geschafft hey denkt ihr immer noch oben ja so ein schisser oh hinter dem gegessen alter das ist gut ja nur am essen jaja nein 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 da ist noch ein bisschen runter bevor du das ein bisschen andere holst obwohl tony hat auch noch sein ja ich bin in eine Rührung hochgekommen jawohl jetzt hat er sich das shit weggeholt cool ja toll nein ich hab nen rocket launcher gemacht dann hab ich da hoch geschossen und dann war ein block tiefer hier kommt sie hoch mit dir tscher es wird sein trau ihn bloß runter ja aber ich hab ja noch mein jetpick jetzt hängt die hier oben geht da wieder hoch du darfst einfach nicht verrecken dann hast du gewonnen oh du darfst noch nicht mehr prozent als tony haben ne okay aber du hast kein recht hier zu sein ja